Ich zeichne ja Fremde im Café und das habe ich wirklich noch nie gemacht. Freunde, ich bin einfach so dreist geworden. Ich habe nämlich mal dieses Café ausprobiert und mein eigenes Stativ aufgebaut. Ist ja gar nicht auffällig oder so. Was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dort so sitzen seht? Ich habe mir dann eine Person ausgesucht, die ich zeichne, aber es gab direkt mehrere Probleme dabei. Weil drin keiner war, habe ich eine Person draußen gezeichnet, aber ich wusste natürlich nicht, wie sie von vorne aussieht. Ich habe dann einfach mal gefreestyed und dann ist es passiert. Die Person, die ich gezeichnet habe, ist einfach gegangen. Ein bisschen traurig jetzt. Macht gerne das Plus weg für mehr von dem Format.